Ich überlege gerade, wie es besser wäre, wenn ich das Stativ aufbaue. Nö, lass, mach das frei Hand. Bist du soweit? Die Frage ist, ob du soweit bist. Hallo, hier ist Mara von SprungTV und wir befinden uns gerade am Orteingang von Altmarnheim. Es klingt wie aus einem Horrorfilm. Verschwundene Personen, verstörte und verängstigte Bürger. Und Sie werden nachts auch von unerklärlichen Phänomenen um den Schlaf gebracht? Das sind keine Phänomene. Geistererscheinungen und paranormale Ereignisse sind mittlerweile in dem kleinen Dorf Altmarnheim Nacht für Nacht spürbar. Wir sind tatsächlich alle fort. Alles leer. Wir sind von SprungTV. Wir sind auf das Dorf aufmerksam geworden, nachdem wir im Internet ein wenig recherchiert haben. Nachts, über meinem Schlafzimmer, am ersten Stock Geräusche. Auf einmal flackert im ganzen Haus das Licht. Gehen Sie weit, weit weg from here. Glaub mir, dieser Dorf hat keine Seele mehr. Spooky. Wie versprochen sind wir hier am Ort des Geschehens? Hallo? Hallo? Auf! Mike. Fuck, fuck! Mike, was passiert hier? Ah! Fuck! 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 Untertitelung des ZDF, 2020